Moin moin, willkommen zurück zu ner weiterer Runde von Legion. 2 gegen 2 Ranglistenmodus. Spielen Champion. Oh, die Ratten. Welcome to Nova. Ja, lustigerweise gegen Bockwurst. Irgendwie haben die Deutschen immer ganz komische Namen. Na gut. Aber so ist das eben. Ähm, wir könnten... Wir könnten tatsächlich... die Harpchen noch mitnehmen. Mit dem APS. Aber da hab ich nur so kleine Einheiten, na? Da müsste ich dann auf dem Roll hoffen, dass ich bessere Sachen kriege. Aber da ist auf jeden Fall erstmal alles vertreten. Ja. Wir machen das. APS mit Harpchen. Die noch schneller angreifen. Das bedeutet für mich, ich starte erstmal mit... ...zwei Katzen. Mache ich ein Stack rein. Sollte reichen. Ich hebe mir den Champion-Buff auf. Weil... Ja, mal ganz ehrlich. Auf was soll ich den jetzt draufpacken? Das ist alles irgendwie shit. Okay, Priesterin. Ich bringe mich den Gatling Gun. Die hat einen Goldwerfer gebaut. So, das habe ich schon mal abgewehrt. Oh, scheiß Ratten-Taktik. Da habe ich gar keine Lust dazu. Ich packe mal lieber ein Stack mehr drauf. Ich gucke mal, dass ich 80 zusammenkriege, dass ich so ein Ninja noch hinstellen kann. Bevor ich hier noch Worker baue, damit ich nächste Runde auch überstehe. Ah, der hielt sich halt gut hoch, ne? Ninja mit rein. Und dann spüre ich schon... Ich spüre schon die Ratten. Die kommen dann noch dazu. Ja, ich gucke mal, was ich mit dem Champion-Buff mache. Vielleicht nach dem Roll. Macht wahrscheinlich Sinn. Dass er das geschickt hat, ist sinnlos. Noch mehr magischen Schaden für meine Arkane-Verteidigung Katzen. Macht keinen Sinn. Und dafür hat er zwei Gold eingebüßt. Oh, was schickt auf mich. So, ich kann auf jeden Fall erst mal hier eine Harpie hinpacken. So, zwei Worker geholt. Sollte vollkommen ausreichen. Er hat ja Auto-Send angemacht. Weiß ich nicht. Die Arkane-Verteidigung ist da. Das heißt, auf sechs könnte ich gut schicken. Wir skalieren mit dem Zwergbanker. So, wir machen. Hm. Wir stellen hier nochmal noch einen hin. Und dann baue ich die erste Ratte. Die erste verdammte Ratte. Ja, ich kann auf jeden Fall äh, kann das nicht verteidigen. Wollt ihr zu stark? Ja, hat's auch gerade so nicht geschafft. Wahrscheinlich noch eine Echse mit reinknallen. Kriegt er erst mal und schon auf die Fresse. Das ist gut. So, wir könnten jetzt natürlich so ein Vieh hinsetzen. Und weiter die Ratten aufbauen. Bevor der nächste Runde APS um die Harpion-Turm rumpacken. Huch. Hoppala. Ich hatte einen Grawl noch hingesetzt gehabt. Aber ich glaube, ich komme trotzdem durch. Weil ich 100 geschickt habe. Ja. Bin sogar gut durchgekommen. Ich mache auch Auto-Send an. Zumindest für die nächste Runden. Ah, das gibt erst mal gut Geld. So, wir werden eine Katze maximieren. Und dann werde ich hier schon mal die Harpion drumherum bauen. Und erst danach platziere ich den APS. Wenn die Harpion fertig sind. 140. 140. Mal sehen. Es lebt nur noch die eine Katze. Aber die heilt sich hoch. Sieht gut aus. Der Healing-Buff ist so wichtig manchmal. Sehr schön. So. Hier die nächste Harp rein. Kann ich hier zwei reinstecken. Und auf den Großvater kann ich auf jeden Fall auch schicken. Dann kann die Priesterin nicht so viel machen. Auto aus. Dann spare ich eine Runde. Schicke auf den Großvater rein. Jetzt hat der Auto ausgemacht. Er macht es sogar gut mit. Das gefällt mir. Kackigen Ratten. Ich hasse die. Da kann ich gut auf 10. Er hat vier Arkanen verteidigen. Der Crawl. Der juckt eigentlich überhaupt nicht. Er hat die Wurstqualle aufgewertet. Ähm. Was könnten wir denn schicken? Lohnschützer. Macht wahrscheinlich Sinn. Es kann gut sein, dass er den Crawl jetzt aufwertet. Das ist immer möglich. Könnt ihr die Harp aufwerten oder eine APS bauen? Ich glaube, wir machen das so. Und dann werden wir noch eine Reihe machen. Und dann werden wir noch eine Reihe machen. Dass die dann beide profitieren von der ganzen Geschichte. 240. Na gut, hier sind die Ratten dann schon wieder nicht schlecht. Weil solange der Großvater jemand anderes angreift, können die kloppen. Ich komme durch. Aber kann ich blocken? Nein, kann ich nicht. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder den König ein bisschen aufwerten. Alter. Das ist ja schon fast vorbei. Junge, junge, junge. So. Der wird aufgewertet. Stell ich mal hier noch einen hin. Aufprallschaden hat er. Können auf 13 gehen. 180 King-Aufwertung. Okay. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal raus. Magischen Schaden habe ich sowieso nicht so viel. Also es ist gut, dass er diese Runde nichts geschickt hat. Ich kann auch locker holen. Er ist alles rausgeballert. Okay, er hat ihn aufgewertet. Aufprallschaden ist schon stark da. Hm. Da warte ich lieber. Also ein bisschen Frontline noch dazu bauen ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ja, ich habe glaube ich, ich kriege gar nicht so viel Geld zusammen, wie viel ich benutzen möchte. Er hat wirklich viel Akanen-Verteidigung. Auch Schweine mit rein. Dann schicke ich jetzt alles raus, was ich habe. Oh, das wird eng. Hm. Ich brauche einen Aufprallschaden. Das heißt, ich baue jetzt hier ein paar von den Vögeln hin. Kanonschütze kriege ich noch rein. Und dann sollte D-Wave eigentlich gut dabei sein. Für das, was ich schicke. Jetzt ist der King komplett aufgewertet. Ah, der Wächter ist der Einzige mit natürlicher Verteidigung. Der ist aber auch schnell down. Okay, zwei durchgekommen. Das könnte es gewesen sein. Ich vermute mal, das war's. Schnelle Runde auf 13 beendet. So schnell kann es gehen. Und die haben den King aufgewertet. Ne, es reicht. Sehr gut. Perfekt. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Wie das hier zum Beispiel. Warum nicht schneller runter? Einfach mal durchgucken. Bis dahin. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.